Moin Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Ich erzähle heute einfach mal ein paar Flachwitze und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, weil ich hab Bock drauf und naja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Man kollabiert. Wie nennt man ein helles Mammut? Hellmut. Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head and shoulders. Wie nennt man einen übergewichtigen Vegetarier? Biotonne. Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Das ist Günther Lauch. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mowgli. Wer läuft durch den Wald und niest? Rotzkäppchen. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Was steht auf dem Herd und ist geheim? Topf Secret. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölvis. Was sagt ein Origami-Lehrer zu seinem Schüler? Das kannst du knicken. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinter im Haus. Wieso können Skelette schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind. Was ist paniert und raubt Leute aus? Ein Zigaunerschnitzel. Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Einen Second-Hand-Shop. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Was ist besser als USA? USB. Was ist süß, klebrig und schwingt sich von Baum zu Baum? Tazipan. Was passiert, wenn man bei Ikea klaut? Man wird vermöbelt. Was entsteht, wenn sich ein Igel und ein Regenwurm paaren? Eine Rolle Stacheldraht. Was sagt man an Weihnachten in spanischen Gefängnissen? Verliz Navidad. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwenguin. Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? Schwitzerdeutsch. Was schmiert sich ein Inder aufs Brot? Buddha. Was kriegt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Was ist grün? Glücklich und hüpft übers Gras. Eine Freuschrecke. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Eine Knastanie. Wie nennt man eine iPhone-Hülle noch? Apfeltasche. Was ist weiß? Ungesund und fliegt über die Wiese. Bine Mayo. Woraus wurde das Haus von Jesus gebaut? Aus Jerusalem. Was ist kalt, blau und steht am Straßenrand? Eine Frostituierte. Wie nennt man springende Pilze? Jumping-Jongs. Was hängt im Urwald an den Bäumen? Ein Urlaub. Was ist krumm, gelb und kann schießen? Eine Banone. Egal wie leer du bist, manche Leute sind leere. Was heißt Wasser auf Russisch? Vodka Zero. Was essen Models, wenn es schnell gehen muss? Ein Lauf-Steak. Was macht eine Bombe im Treppenhaus? Hochgehen. Welchen Preis gewinnen besonders ruhige und brave Hunde? Den Nobelpreis. Warum stehen Frauen immer in der Küche? Wegen der Herdanziehungskraft. Was ist gesund und schwimmt auf dem Wasser? Ein Vollkornboot. Wie nennt man ein Rudel aggressiver Wölfe? Wolfgang. Was sitzt im Baum und trägt einen Turban? Ein Scheichhörnchen. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Was sagt ein Einarmiger mit einem Kartenspiel? Mission Impossible. Aus welchem Land kamen früher Schornsteinfeger aus Russland? Wie heißt die Frau von Herkules? Äh, Fraukules. Was macht eine Eskimo-Frau auf der Eisscholle? Abtreiben. Was schwimmt im Meer und kann addieren? Ein Oktoplus. Warum finden Kannibalen den Strand so toll? Da grillt sich das Essen von selbst. Was läuft durch den Wald und schießt mit dem Gewehr? Ein Schrotkäppchen. Was war der Name des ersten Taxifahrers? Schlimmes. Denn schon in der Bibel stand, Schlimmes wird euch widerfahren. Was sitzt im Baum, hat Kopfschmerzen und kann nachts gut sehen? Eine Beule. Was ist das Gegenteil von Katalog? Katar sagte die Wahrheit. In welcher Maßeinheit messen Hunde ihre Temperatur? In Belgrad. Was ist eine Tüte mit Blaulicht? Eine Tatüte. Was gräbt und ist aus der Puste? Eine Schnaufe. Was benutzt ein Geizhals zum Frisieren? Spargel. Was sagt ein irakischer Bäcker zu seinem Lehrling? Äh, Bagdad. Woran erkennt man eine männliche Schokolade? An den Nüssen. Womit werden Fußbälle bemalt? Mit Balak. Welcher Promi hat kein Dach über dem Kopf und fährt gern Auto? Leonardo DiCaprio. Was haben Jesus und ein VW-Bus gemeinsam? Beide sind Märtyrer. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Wie heißt ein norwegischer Türsteher? Lasse reinströmen. Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spionat. Wie heißt der Ausgang eines Bordells? Auspuff. Kann man mit einem Tampon schreiben? Äh, in der Regel schon. Welches Tier hat nur einen Buchstaben? Die Kuh. Egal wie still du bist, die Sportfreunde sind stille. Was sagt ein Hollywood-Schauspieler, wenn er am nächsten Tag nicht arbeiten muss? Cool, Morgan Freeman. Welche Süßigkeit essen Gehörlose am liebsten? Taubenzucker. Welche Tomaten sind am teuersten? Die Bankautomaten. Was gibt es beim Imker zum Dessert? Bienenstich. Was ist knusprig, braun und läuft mit einem Korb durch den Wald? Brotkäppchen. Egal wie leer du im Kopf bist, manche Leute sind leere. Wie nennt man jemanden, der DIN A4 Blätter scannt? Ein Skandinavier. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Welche Handwerker essen am meisten? Maure. Sie verputzen ganze Häuser. Der Metzger ist 1,90 groß und hat eine Schuhgröße von 45. Was wiegt er? Fleisch. Wie hat Moses das Meer geteilt? Mit einer Mehrwegflasche. Wie viele Leute braucht man, um einen Hubschrauber zu fliegen? Zwei. Einer hupt, der andere schraubt. Was hört man, wenn man sich einen Döner ans Ohr hält? Das Schweigen der Lämmer. Was macht ein Steak hinter dem Sofa? Es versteakt sich. Wie war eigentlich die Stimmung in der DDR? Ah, sie hielt sich in Grenzen. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Warum sitzen Einarmige im Theater hinter den Glatzköpfigen? Damit sie auch klatschen können. Was macht ein selbstmordgefährdeter Elektriker? Er nimmt Kontakt auf. Was fängt mit T an und endet mit Itten? Tiefkühlfritten. Was ist schwarz, blind und weigert sich zu arbeiten? Ein Faulwurf. Was ist schwarz-weiß, gestreift und kommt nicht vom Fleck? Ein Kleberer. Was ist großgrau und telefoniert? Ein Telefant. Was ist großgrau und total egal? Ein E-Relefant. Wie heißen die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Und damit herzlichen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen amüsant. Ich habe einfach nur stumpf vorgelesen. Das war ja auch der Plan. Mehr Sinn soll dieses Video gar nicht ergeben. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Däumchen da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.